Herzlich Willkommen Kryptofreunde! In diesem Video möchte ich euch mal wieder ein weiteres Move2Earn Projekt vorstellen und so viel sei schon mal gesagt, es ist sehr erfrischend, dass dieses Move2Earn Projekt nicht 1 zu 1 von Steppen abgekupfert ist. VicMove sieht meiner Meinung nach richtig interessant aus und deswegen möchte ich es euch heute gerne mal vorstellen. Falls du neu auf meinem YouTube Kanal bist, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, du unterstützt meinen Kanal damit sehr. Ich poste eigentlich täglich neue Videos über verschiedene NFT Games, Move2Earn, Play2Earn oder alles, was sonst eben noch so kommt. Also unterstützt mich sehr gerne, wenn euch mein Content gefällt. Vielen Dank an der Stelle, aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Video. Und zwar geht es, wie schon erwähnt, um VicMove. Auch VicMove wird eine Web3-basierte App sein für euer Smartphone. Ihr könnt das Ganze später mal im App Store, aber auch im Google Play Store natürlich downloaden. Die App ist noch nicht raus, soll aber sehr bald kommen. Ich finde es schon mal sehr erfrischend, wie diese Seite aufgebaut ist. Gefällt mir echt gut an der Stelle. Es wird bei VicMove natürlich auch Energie zur Verfügung geben. Hier gibt es aber auf jeden Fall schon mal eine Änderung. Man erhält hier 10 Energie pro Sneaker, den man haben wird. Das schauen wir uns dann später auch nochmal im White Paper an. Auch hier gibt es ein Luck-Attribut. Hier wird es scheinbar dann Belohnungen geben, eben je nachdem, wie hoch das Attribut Luck ist. Auch Komfort gibt es hier, kennen wir auch schon. Und dann geht es noch um den Punkt Stamina. Dieses Attribut soll dann letztendlich einfach nur den Verfall vom Sneaker veranschaulichen. Also wir können dann unseren Sneaker natürlich auch reparieren. Man kann seine Schuhe dann auch später leveln. Auch das kennen wir ja schon, einfach um mehr Geld zu verdienen letztendlich. Und auch um den Token zu burnen. Und man kann Minden natürlich auch. Dieser Punkt heißt jetzt hier eben fusionieren. Indem man zwei Sneakers zusammenführt, erhält man einen neuen Sneaker. Das ist jetzt erstmal nicht neu für uns, aber das ist auch logisch an der Stelle. Dieses System funktioniert ja auch. Meiner Meinung nach muss man das nicht ändern. Was mir hier aber auf jeden Fall schon mal gut gefällt ist, dass man hier nicht, wie bei anderen Move to Earn Games, zwei Energie hat. Sondern man erhält hier zehn Energie pro Sneaker jetzt erstmal. Also man wird auch wirklich für jeden einzelnen Sneaker, den man aktuell dann hält, belohnt. Bei Steppen beispielsweise bringt einem der zweite Sneaker ja erstmal gar nichts, weil man eigentlich drei Schuhe braucht, um den nächsten Energieschub zu erhalten. Also das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut hier schon mal. Wenn wir uns mal die Roadmap ansehen, dann können wir sehen, dass dieses Projekt seit Q1 2022 am Start ist. Die Idee ist entstanden, das Design wurde kreiert. Big Move läuft auf der Binance Smart Chain. Auch hier wird es einen Anti-Cheat-Mechanismus geben. Und was hier beispielsweise auch sehr interessant ist, Big Move läuft zwar hauptsächlich auf der Binance Smart Chain, soll aber scheinbar auch unterstützt werden durch Ethereum, aber auch durch das Polygon Mainnet. Also man kann dann hier auch seine Meta-Maske hinzufügen. Auch der Punkt gefällt mir jetzt erstmal ganz gut. Da bin ich echt gespannt, wie das Ganze dann umgesetzt wird. In Q2 2022 kam jetzt eben der IDO. Wir können uns auch gleich mal den Token schon anschauen. Den gibt es nämlich schon. Der Big Move Token ist momentan 0,04 Dollar wert. Wir haben in den letzten 24 Stunden ein Plus von 11,4% gemacht. Wie schon erwähnt, gibt es den Token schon seit April. Lasst euch jetzt von dieser Kurve hier nicht täuschen. Es ist ganz normal, dass am Anfang der Preis eher nach oben schießt. Dann ein relativ großer Abverkauf stattfindet und der Token sich dann ein Stück weit einpendelt erstmal. Durch die letzten Ereignisse auf dem allgemeinen Kryptomarkt ist natürlich auch dieser Token ein Stück weit ein bisschen gedammt. Erholt sich jetzt aber gerade wieder. Also der Chart ist jetzt für uns erstmal noch relativ nichtssagend. Auf jeden Fall können wir uns vermerken, dass es den Token schon gibt. In Q3 2022 ist dann wohl auch noch geplant, dass man einen Support über das Solana-Netzwerk erstellen möchte. Und in Q4 2022 soll ein Quest-System kommen. Was wir uns dann darunter genau vorstellen können, weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht hier in der Roadmap, dass hier keine Ziele bis, keine Ahnung, Q3 2023 gesetzt werden, wie wir es ja auch schon gesehen haben. Aber schauen wir uns mal an, wie die App eigentlich aussieht. Und zwar können wir jetzt hier schon mal so kleine Ausschnitte sehen. Wie erwähnt, gibt es die App aktuell noch nicht. Hier ist dann quasi so das Dashboard, was man eigentlich verdient. Auch hier wird man eine Geschwindigkeitsanzeige haben. Man sieht, wie weit man gelaufen ist. Man sieht, wie viele Schritte man gemacht hat. Man sieht hier, wie viel man insgesamt verdient hat. Und wie viel Energie man zur Verfügung hat. Also in dem Fall jetzt eben hat man noch 20 von 30 Energie zur Verfügung. Man hätte jetzt hier anhand von diesem Beispiel eben drei Schuhe. Und durch diese Cross-Chain-Funktion soll man eben diese Boxen hier entweder über die beiden Smart-Chain, über Ethereum oder auch über das Polygon-Mainnet kaufen können. Das Team ist hier auch aufgeführt. Leider nicht verlinkt bei Twitter oder LinkedIn. Zumindest steht hier so ein bisschen was auf der Webseite über das Team. Ich habe jetzt hier noch nicht genauer recherchiert über das Team. Werde es aber auf jeden Fall auch nochmal machen. Da muss ich euch jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, dass das natürlich kein Realness-Faktor ist, hier irgendwelche Gesichter einzufügen. Und was dazu zu schreiben, ist natürlich easy. Trotzdem ist es eher positiv, dass überhaupt was aufgeführt ist, muss man auch sagen. Aber heißt jetzt erstmal für uns noch gar nichts. Wir können zumindest ein Stück weit ein bisschen recherchieren, ob diese Leute denn vorher schon mal irgendwas vorzuweisen haben. Unten auf der Webseite können wir noch so ein paar FAQs sehen. Wo kann ich die Wegmove-App herunterladen? Beispielsweise habe ich eben schon mal erwähnt. Im App Store, aber auch im Google Play Store. Ich denke, dass die Fragen jetzt hier schon größtenteils geklärt sind. Deswegen springe ich mal hier noch weiter. Hier können wir auch nochmal kurz einen kleinen Einblick von der App sehen. So sehen eben diese Sneakers aus. Das ist jetzt erstmal nichts Neues für uns. Die sehen meistens so aus. Es gibt auch hier wieder Edelsteine bei dieser App, wodurch man dann seine Schuhe ein Stück weit boosten kann. Also das ist jetzt natürlich erstmal nichts Neues an der Stelle. Sollte uns aber auch nicht unbedingt stören. Wenn wir uns hier mal im White Paper das Energiesystem anschauen, dann können wir sehen, dass wie erwähnt schon, man pro Sneaker 10 Energie am Tag bekommt. Also 2 Sneaker bekommen 20, 3, 30 und so weiter. Und was hier ein sehr, sehr cooler Punkt ist, beispielsweise auch ist, wenn man mehr Energie möchte, dann kann man diese für 20 Wim, also den eigenen Wegmove-Token, für 10 Energie zurückkaufen. Für jeden Sneaker, den man hat, ist ein Rückkauf pro Tag erlaubt. Also beispielsweise habe ich jetzt 3 Sneaker, ich habe 30 Energie, bin auch damit schon gelaufen. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit trotzdem nochmal, mir für 20 von diesen Wim-Token 10 Energie, also 30 Energie zurückzukaufen. Das ist ein völlig neues Modell, habe ich bisher so noch nicht gelesen. Klingt auf jeden Fall echt spannend. Hier profitiert man dann natürlich, je mehr Sneaker man hat, desto mehr Energie kann man zurückkaufen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier dann seinen Verdienst nochmal erhöhen kann dadurch. Es gibt auch bei Wigmove verschiedene Sneakers. Was jetzt hier aber zum Beispiel mal neu ist, es gibt nicht diese üblichen Sneakers, Trainer, Jogger, Runner und Walker. Nein, es gibt zum einen den Walking Sneaker, es gibt den Running Sneaker und jetzt wird es neu, es gibt den Fahrrad Sneaker. Diesen nutzt man bei 15 bis 30 kmh, also richtig cool. Man integriert quasi hier auch Ride-to-Earn. Und es gibt aber auch einen vielseitigen Sneaker. Hier kann man einfach selbst entscheiden, wie schnell man sich bewegen möchte. 1 bis 30 kmh, also hier würde es sich jetzt beispielsweise lohnen, wenn man manchmal joggt, aber manchmal auch lieber Fahrrad fährt. Da kann man dann eben den vielseitigen Sneaker kaufen. Auch diesen Punkt finde ich bei Wigmove richtig cool. Das ist echt auch mal was Neues. Hier macht man sich echt Gedanken, das Ganze so ein bisschen zu kombinieren. Gefällt mir an der Stelle richtig gut. Wenn wir uns hier mal noch die Tokenomics anschauen, dann können wir sehen, dass es insgesamt nur 50 Millionen WIM-Token gibt. Das ist erstmal gar nicht so viel. 5% gehen ans Team und an die Advisors, 34,8% sind für die allgemeine Liquidity zurückgehalten und 60% waren für den Presale. Also schaut euch das gerne auch nochmal genauer an. Ich verlinke euch das wie immer in der Videobeschreibung, da könnt ihr einfach in Ruhe auch nochmal durchstöbern. Mir gefällt es aber bis dahin erstmal richtig gut. Wenn wir uns mal noch Twitter anschauen, dann können wir sehen, dass hier 24.000 Follower sind. Auch das muss ich sagen, finde ich stückweit erfrischend, dass hier keine über 100.000 Follower stehen. Ob diese 24.000 Follower jetzt auch dort zum Reel sind, bleibt erstmal dahingestellt. Aber für mich setzt sich dieses Projekt trotzdem stückweit ab. Irgendwie wirkt alles relativ leicht und erfrischend, finde ich. Auch die Twitter-Seite verlinke ich euch natürlich. Schaut es euch gerne mal in Ruhe an. Schaut auch gerne mal in deren Discord vorbei. Natürlich könnt ihr auch sehr gerne in meinem Discord vorbeischauen. Wir tauschen uns hier über verschiedenste NFT-Games aus. Das Ganze ist kostenlos. Also schaut gerne mal vorbei. Jeder ist herzlich willkommen. Damit bin ich auch schon wieder am Ende mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir sehr gerne eine Bewertung da und pusht den Algo für mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im heutigen Video. Danke, ciao. Ciao.